Ja. Sektor 3. Steht da irgendwo noch ein Sektor dabei? Nee, ne? Nee. Hier steht nix. Also bei der Beschreibung, meine ich, steht da irgendwie was bei? Nee. Da da irgendwo steht noch ein Sektor. Nee, da steht nix. Unten rechts unter dem Radar steht ja, wir sind in der Prototyp-Weckstatt Sektor 3. In der Beschreibung steht jedenfalls nix. Hier sind viele Fahrzeuge, aber da ist auch keins markiert von. Nee. Keins von markiert. Ich geh mal dahinter. Kann man hier reingehen? Sieht zu aus. Vielleicht ist auch hier in einer Halle, die noch zu ist, aber irgendwie reinklettern müssen von oben oder so. Könnt ja sein. Könnt ja sein. Weil wir haben uns ja nun konzentriert erstmal aufs Schießen, ohne zu gucken. Ja. Da muss auch noch großer Wolf sein, ne? Großer Wolf? Ja, da ist ein großer Wolf abgebildet. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo rein. Mal gucken. Hörst du? Aber hier stehen die noch. Autos? Pkw's, sag ich mal. Ach, vielleicht ist es schon. Geh mal hier die Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. So steht es. Auf dem Miniradar habe ich hier hinten einen Panzerspielwagen. Das könnte ja gut möglich sein. Der, der das ist. Ah. Das ist so einfach machen die das nicht hier. Nee. Das glaube ich nicht. Aber das der auch nicht markiert ist. Das ist auch ein Scheiß. Hier geht es nochmal runter. Da haben wir da unten auch schon mal. Aber Olaf läuft da unten umher, ne? Ich glaube jetzt gerade da unten umher. Ja. Weil man gedacht hat, wenn das ein Prototyp ist, vielleicht ist der irgendwo versteckt. Aber hier ist nix. Verdammig. LC4-Koherzion ist das. Meine Ahnung, wo das Fahrzeug sein soll. Ich ja nicht. War das denn hier auch schon mal gehabt? Durchgespielt? Auf das Schätzchen muss ich gut aufpassen, bis ich durch die Sicherheitstür bin. Da ist er. Da ist er. Du hättest ihn gefunden. Ecke. Wo ist es denn? Ich komme zum Ausgang gefahren. Ich komme zum Ausgang gefahren. Wenn du mir jetzt sagst, wo der Ausgang ist, dann ist das in Ordnung. Äh. Richtung Osten. Aber warte mal, da kannst du mich gleich zusteigen lassen. Halte mal an. Fährst du an mir vorbei. Schatzauto hier. So, die sind Pazelschütze da. Schütze. Schütze. Ja. So. Rein. Jetzt hauen wir sie rum. Da ist der Ziggy, komm. Du kannst da rein, Ziggy. Ich geh schon rein. Alles klar, bist du ein Schütze? Ja. Gut, dann haut er drauf. Und die werden uns jetzt hier irgendwie gebührend empfangen, nehme ich an. Wahrscheinlich, denke ich mir schon. Links oder rechts? Ja, wo die gekommen sind. Ach so, wir müssen hier rüber. An die Straße und dann fährst du die nächste links. Ja. Ich guck mal auf eine Karte, da kannst du es am besten sehen. Hier links jetzt. Jetzt links. Und dann geradeaus weiter. Und die nächste Abfahrt ist eine Nebenstraße wieder links. Links? Ja, aber erst die Kurve rum. Wir müssen es zum gelben Punkt, ne, Ziggy? Ja, 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 doch. Also, wir fahren jetzt rechts Kurve, genau. Und dann hinter der Kurve geht es schon ab, sich im rechten Winkel nach links ab. Da kommt jetzt erst Motorradfahrer hinter der Kurve. Olaf, gib Feuer. Das sind keine Feinde. Das sind Freunde. Jetzt geht es hinter der Kurve scharf links ab, 90 Grad. Ah, hinter der Kurve hier jetzt? Ja. Ah, gut. Und dann nur im Zickzack-Kurs immer weiter. Oh Gott, dann kann man ja... So, weiter geradeaus. Und die nächste Kurve, die kommt hin. Na ja, da bist du auch gleich. Jetzt kommt hier eine starke Links-Kurve. Ja, hier geht ja nur ein Weg lang. Ja, gut. Ja, nicht, dass du versuchst, mit Paul über Berge zu fahren. Nö, nö. Nö, nö. Ich fahre nicht direkt auf den gelben Punkt. Das müsste dann bald da sein. Noch einmal eine Rechts-Kurve. Das sind da LKWs gleich, pass auf. Und Feinde. So, wir wollen mal gucken. Jetzt kommen wir da hin. So, jetzt ist die Frage, warum wir das erst aufräumen oder wollen wir den Panzerwagen machen? Hier Aufstellung und da erstmal alles klar machen. Die ganze Situation... Ja, die fahren wir doch rein. Wir haben doch den Panzerwagen. Ja, der würde nicht so viel aushalten. Hier links rein. Hier links rein. 13 Meter zurück, Rückwärtsgang. Hier ist ein Biwark. Ja, aber links rein. Ja, die wollte ich aber erstmal freischalten, da die ich auch rein habe. Ja, den können wir auch gleich freischalten. So haben wir ja schon. Brauchst du aber bloß dicht genug ranfahren, weißt? Ja, den haben wir ja. So, erstmal nicht schießen. Erst schießen wir die schießen, ne? So, gut. Sind schon da. Olaf, jetzt kannst du Gas geben. Erst kannst du abschießen. Ja, schon. Hat er jetzt schon. Der gelbe Punkt ist aber noch nicht erreicht. Noch 5 Meter. 4, 3, 2, 1, noch ein bisschen. 3 Meter. Ja, dann musst du zurück etwas. Müssen wir auch steigen, würde ich sagen, ne? Ich steige aus. Ich auch. Ich steige aus. Ich muss erst mal... Ich gehe erst mal in den Diva bereit. Ich brauche noch. Genau. Jetzt haben wir noch eins gekocht, du. Ja, ja. Jetzt aber, schießt sie nicht auf mich. Diva kann ich benutzen im Kampf, scheiße. Hier ist irgendwo noch ein Schafschützer hinter uns. Ja, 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 ja. Da ist nicht groß ein Schafschützer. Ich komme mit Maximo vor einmal näher. Sie bereitet vermutlich gerade ihre Flucht. Da oben. Der Drohenschwarm ist ein riesiges Problem. Wir kommen nicht rein. Vielleicht können Sie das nicht heißen, dass Sie im Hecken kommt. Verstanden, hart. Da oben ist er. Bist du noch rein, ne? Ja, ja, ganz ruhig. Ja, ja. Ich habe doch gerade mal einen Satz gesagt. Da sagt er ganz ruhig. Ja, nicht erst zuvor stürmen. Habt ihr den Schafschützer? Ja, den Schafschützer ist weg, ja. Ihr habt geschossen. Ich habe noch keinen Schuss abgegeben. Gerade einen. Nein, nur. Mensch. So, also. Ich bin doch ganz ruhig. Ah. Der stürmt voran, Terra. Ganz ruhig. Wieso? Ich bin hinter dir. Ich bin's. Über, über kann ich bitte irgendwo in Gegenden der Nähe essen. Ja. Schreiß, den kann ich doch bloß sagen. Ja. Kacki kann ich doch bloß sagen. Wir sind doch an dem Punkt. Normalerweise müsste das Ding abgeschlossen sein. Ist doch auch abgeschlossen. Ich könnte nicht das Ding anheften, ne? Aha. Hier ist irgendwo noch ein gelber Punkt gewesen. Hä? Wo sind die? Warte mal, ich gehe zum Beispiel hier die Leitern hoch. Drei Meter. Da unten sind noch Feinde. Das ist der Weg. Nicht unterhalten. Ach, da. Sigi hackt schon. Sigi, nimmst du mal das B aus der Karte raus, bitte? Ich versuch, geht die. Jetzt ist es laut, Trubi. Aha. Mein getarnte Kumpel. Ja. Da stolperste drüber. Hier ist einer unter uns oder über uns? Was müssen wir denn jetzt machen? Wir haben gehackt. Wir sind aber noch Gegner. Wir haben gehackt, dass... Da drüben, da drin ist, sind die irgendwo. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Oder oben. Da oben sind sie. Oben ist der Schatzschütze, ne? Ganz oben. Ja, ja. Auf der Spitze bist du noch rauf, ne? Ja, ja. Na, ja. Na, toll. Vom Kran rauf, ne? Ja, ich meine auch noch, wo der sitzt. Jetzt sehe ich ihn. Ja, ich geh mal den Kran hoch. Ja. Ah, jetzt gehst du ja nicht weiter. Ich schau mal, mit der Drohne, wo unser Freund hier sitzt. Ah, da ist sie schon. Siehst du? Ja, nein, nicht den Schatzschützen, aber die anderen Jungs, die noch hier sind. Ah, ja. Ja. Ich habe leider nur noch zwei Simultanschlussdrohnen. Hey, was ist denn das hier? Ja. Hinter oben, da müssen wir wohl alle raufkommen. Alle rauf, ne? Oder schaffst du das alleine? Ja, ich habe nur noch zwei Drohnen. Wenn ich zwei mal habe, kann ich ja aufschalten. Ich sehe die Krippe gar nicht. Wo sind denn die? Da oben. Das ist gut. Ich bin ja da oben mit der Drohne. Sind im Haus vielleicht. Ach, die sind immer im Haus. Ja. Na ja, wenn sie im Haus sind, dann. Kannst du ja mal hochkommen jetzt. Wir müssen, glaube ich, eh da rüber. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir müssen alle da rüber. Sind wir, jetzt seid ihr auf dem Kran, ja? Ja, ja. Rauf. Ja. Na dann. Dann lasst ihr uns auf den Kran rauf gehen. Komm, gehen wir. Geh mal, gehen wir. Geh mal. Komm, komm, komm. So. Einer liegt hier schon gut. So, und jetzt müssen wir natürlich da wieder rum, da stickeli. Gut. So, hier weiter rauf. So, müssen wir weiter rauf. Hier. Mm-hmm. So. So. Das ist ein Rommelkopf, das andere war mir. Ich glaube, das ist ein Rommelkopf. Ach, das ist ein Rommelkopf. Oh! Olaf, mach den fertig, da ist nur einer. Ja, ja, ich... Aber ich sehe ja nicht, wo er ist. Oh, der ist dahinter. Wohin der? Oh, der ist hinter der Wand. Ja. Der ist jetzt hier irgendwo, ja. Da müssen wir hier erstmal wieder runter. Ja, ja. Das ist ein Rommelkopf. Ja, ja. Oh, nein. 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 Nein, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Will man eine Ruhe개를 gew�� вариonieren? Oh. Oh. Jetzt reicht es. Du hast den Eagle gekriegt, den Anlass, bevor du schon mal haben. Yeah. Gut. Weg. Ja, gut. Und wieder ein Granatwerfer. Was hab ich mit dem Scheiß? Ich verstehe ihn. Ich höre ihn. Obwohl sie noch. Ja, ich hoffe, ich habe ihn mit dem Verkaufschirm gesagt. Ich bin so eine Tolle von Schiff. Willst du dich? Ja, ich bin so ein Spieler Ill плanget- Yeah, ihr seid dabei. Jetzt noch eine, ah der ist weg, gut, oh hinter uns ist auch noch irgendwie was Komplett explodiert, das scheint auch noch irgendwie so was, Granatwärter ähnliches zu sein Olaf steht da wie eine Eins, ich bin gedeckt Wer hat Dich gedeckt, Fägel, wir kämpfen hier und ihr macht Schweinereien, weißt du Ja, naja, bin ich schön, ne, ja Ich glaube, weil Olaf immer steht, da schießen sie schon gar nicht mehr auf ihn, weil er sagt, ach der fällt da irgendwie um Ne, der hat ja einen Ziggy dabei, aha Wo müssen wir eigentlich hin, verstehe ich gar nicht Ja, ich hab das auch nie, ich war es auch nicht, ich bin auch etwas verwirrt Wir haben gar keine, warte mal, Mission? Ich hefte mal an, ne Mach du mal Fünf Minuten Zeit haben wir, oh Gott, sechs Minuten Zeit Ey, wir müssen die Leute, die alle umlegen, da hinten ist der Punkt, wir müssen da hinten Ja, auf einmal ist er, habt ihr alle angenommen, ne, ihr habt ihr den Punkt ja, ne Ja, ja Ja Dann läuft die ganze Zeit ja schon, das Ding Ja? Weiß ich nicht Kann doch nie wahr sein Ja, war ja weg, das Ding So, müssen wir irgendwie rüberkommen Punkt will denn hin, eigentlich Zum kleinen Punkt So, ich gehe auf den Punkt Folge, Folge Sigi Ah, da Ich bin der Ah ja Ich sehe ihn jetzt Ich sehe ihn jetzt Sigi, wir geben dir die einmalige Chance, erschrocken zu werden Ja, das können wir vorstellen Das ist gut gemeint von heute Pass auf, die kommen, da sind welche Oder einer zumindest Ist es Ja Noch ein Stück höher Oh weh, oh weh, oh weh Ich hab das Geschütz erstmal deaktiviert Gut Gut Ich hacke, ich hacke immer Ja Du hackst, gut Da muss aber noch einer sein, der was von uns will, hier unten zu gelber Da ist noch einer, ja Da ist noch gelber Punkt So, hör zu, hör zu, hör zu Scheiße Ach, leck mich Da ist nur was Ja, sonst müssen wir den ganzen Scheiß normal machen, denn jetzt Sagt, ist doch egal Da drüben ist was Ja Leute Ein gelber, was müssen wir denn jetzt machen? Da hin 3 Minuten und 30 Sekunden haben wir Zeit 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 Scheiße Jetzt müssen wir über die Bridge da Ja Ja So 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 Ich bin nicht so schnell, mein kleiner Freund. Ja. Geht schnell los hier. Aber es ist nicht, aber es ist nicht, aber es ist nicht. Bei der. Ja. Es wird dunkel. Ja. Ist da drinnen oder ist es draußen? Wo ist denn das? Ah, hier. Ist vorbeigelaufen, genau. Der Laptop. Der Laptop. Ja. Ja. Was? Ja. Gut. Das war 3 von 3. Müssten wir fertig sein. Der Navigationscomputer ist offline. Mein Zimmer wird ja nicht mehr entkommen. Ja, wir haben es geschafft. Absolut gemacht, Jun. Sehr gut gemacht, Jun. Gut. Da haben wir das fertig, ne? Ja. Moment hier. Der Drohenschwarm ist deaktiviert. Maximova hat sich in ihrem Versteck verschanzt. Sie weiß, dass sie nicht entkommen kann. Meine Leute sind auf dem Weg. Sie werden bald auf Golem landen. Sie entputzt sich als echte Nervensäge. Um an sie ranzukommen, müssen wir die Behemoth Drohne zerstören, die den Zugang bewacht. Warum benutzen die immer alle? Das ist nicht besonders kreativ. Umso besser für uns. Damit kommen wir klar. Stimmt. Nur mal dort. Okay. Und nun? Ja und nun? Guck mal, da haben wir ja eigentlich fertig, ne? Hä? Sei ruhig! Du musst sterben. Ja. Jetzt hat die was gesagt. Völge ist es. Ja, sie redet noch mal mit. Du kommst mir nicht, Maximova. Ach so. Lava-Schild. Jetzt hier ist der Lava-Schild. Da, hier. Da müssen wir da hoch. 303 Meter. 303 Meter. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Hier, die Leute, die diese Scheiß treffen. Geht deine Treppe hoch. Ja, ja. Kann ich das sagen. Da war... Da war... Bei der anderen ist es schon ein Behnemot, ne? Ach, da kommt man jetzt ganz hoch. Ja, ja. Ja, das ist... Ich weiß, wie heiß es hier normalerweise ist, du. Ja. 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 Ja.